Loll Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Counter Stray Glow Offensive mit mir in der Showbox Und ja, wir spielen eine Runde Inferno Competitive Modus Ich bin, ähm, ja, AK, äh, Elite Fällt grad nicht der Rang ein Master Guardian Ja, Master Guardian Elite Boah, ich hab so lange kein Competitive mehr gespielt So viel, äh, kein Competitive mehr gespielt Und, LOL LOL Ergibt mir halt im Laufen einen, aha Hä, wie der davor gepusht hat Okay, krass Na gut, war das mal ordentlich reingeflamed im Team Genau, ich hab, äh, auch mit der Big M Challenge Wie man sehen kann, äh, die goldene Trophäe erreicht War jetzt nicht die krasse Kunst Und, genau, lang kein Competitive mehr gespielt Oder zumindest schon lang nicht mehr im, äh, Full HD Habe jetzt mal 4 zu 3 gespielt, jetzt hab ich mal gewechselt und guck mal wie das so ist Die haben wir grad ziemlich gefickt Ich hab mich mal eingespielt mit einem Competitive auf Mirage Aber 16-3 gewonnen Und, ja, ich glaub das wird eine, äh, etwas härtere Nummer werden Und, ja, ich glaub das wird eine, äh, etwas härtere Nummer werden Gucken, ich hab irgendwie so die Angewohnheit Das nur auf Pistolen drauf zu machen Weil meine AK finde ich dafür viel zu schade Deswegen, guck mal einfach was wir zerreißen können Jetzt B wieder, go B Okay, da kommt er mit Da saß auf jeden Fall auch der Headshot Ja, ja gut, B ist jetzt offen, die ja wahrscheinlich jetzt alle B sein Und hinten absichern Aha Ja, gut, das war jetzt, äh, Nubik Da nicht die Ecke zu checken Ich glaub, also wirklich sehr wenige checken da die Ecke Ah, fuck Hätt ich machen müssen, ne? Hätt ich machen müssen Ja, das wär jetzt auch zu krass gewesen, wenn wir den, äh, ja, den Retake gehabt hätten in der Eko, in der Full Eko So, jetzt machen wir nochmal die zweite Eko Kau, ich hab auch nicht Kau, ich hab auch nicht Kau, ich hab auch nicht Achso, wir sollen mit naden Alles klar Oh, nice, drei sind dabei Okay, das funktioniert schon mal Wenn unsere beiden Nades sitzen, dann ist mindestens vielleicht schon einer gefickt Alter, wie der den Headshot gefressen hat des Todes Ne, ey, ey, ey Go away, rotate Fuck, Alter, ist wirklich, ah Was mach ich hier? Mach ich hier auch Ich glaub, der Go ist wirklich nicht so schlecht LoL Lol Oh, nein also wie sie einen headshot gedrückt habe und dann noch zwei wps aber zwischen die erste runde oder schmeckt das schmeckt doch wohl geil hatten das 4k gemacht jetzt können wir uns auch gleich kauf und leisteten ob oder noch das gesetzte money in the bank money in the bank 12 alles selbst und haben wir die sie geholt das ist die sie noch mal geholt der türkist löffel kann man schon wieder aber man hat ja auch guten guten ruf gemacht gut 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 habe stark gemacht so bleiben wir mal ein bisschen die fans guck mal ob die a kommen die . 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 geändert. Im Trill-Style. Ich will jetzt erstmal schütteln. Oh nein, jetzt kommen sie auch mal mit Hass. Ey, wie kann man durch eine Smoke pushen? Geh doch! WTF? Oh, hab ich ein bisschen... eine Flash vereint. Oh, f**k, 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 f**k. So, jetzt konzentrieren. Absolut on point sein. Nice. Deploying Flashbang. Oh, ich hab gerade zugehört. Nice. Nein, von wo denn? Ach der, ist der von hinten rumgemoved? Ja, die planten. Planting. Bomb hat geplant. Ja, okay, wir haben beide On-Spot. Gut, aber... Ja, nicht so gut. Zwei, drei ist okay. Ich weiß gar nicht, ob das eher eine CT-Map ist oder eher... ...ne T-Map. Ja, ich kann mich tatsächlich festlegen. Oh, na. Wird die jetzt wieder haben oder? Nein. Gut. Dann behalte ich die doch. Weil die Farmer ist echt keine schlechte Waffe, wenn man da ein bisschen den Recall beherrscht, beziehungsweise wenn die da ein bisschen am A-Pushen sind. Und ich werde mich genauso wie der blaue Kollege hier total Defensive hinstellen. Was ist eigentlich hier für eine Art von Camo? Ach, exakt. Ja, ich stehe in Ultra-Defense. Ist ja nicht mal feierlich. Eigentlich stimmt mir richtig gut. Okay, ich glaube die kommen auch. Ich denke, es ist A. Steps. A. F**k, 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 f**k. Du schon. Ach, scheiße. Warum nur einmal getroffen, Alter? Was ist denn los, Mann? Mann. Ja, das kann nicht sein, Mann. Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Alles drin. Alles drin hier. Ja. Ich werde jetzt eine Atomic Eye, oder bist du Gott? Ich weiß nicht, das sieht schon nice aus, oder? Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein, wir gehen zusammen. Ja, Orange. Was macht denn Orange, Alter? Ach so, lol. Aha. Ach, ich muss ja weg vom Fenster. Orange, ich muss schon mal verabschieden. Das ist die Runde. Oh, da ist einer geholfen. Oh, schön. Da ist noch einer. Äh, jihaa. Da war noch einer. Ey, du hässlicher. Ja, spring doch noch mehr. Was machst denn du? Och, nein. Kann man denn so, so springen? So ausrasten, ja? I panic. Ja, I panic. Ach nee, was du nicht sagst, Mann. Was du nicht sagst. Komm mal. Hä? Ich kaufe mir das. Natürlich kaufen. What the fuck. Ähm. Ja, ich packe jetzt mal wieder die Pro 90 aus hier. Ihr wisst wie es läuft. Wenn wir ein bisschen am ablosen sind und eine Runde brauchen, dann wird natürlich die Pro 90 wieder ausgepackt. Wie soll es auch anders sein? Oh, stark. Das wird jetzt in unsere Runde. Schön Entryx-Track wieder geholt. Was? Ach ja, was? Komm, komm, alter. What the fuck? Was drückt denn der so? Das kann nicht wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein. Letztlich. Ich will jetzt nicht mehr auf die Runde nehmen. Keiner Meinung nach. Ah! Aha, mhm. Wow, what the fuck. Gutes Gamesense, würde ich mal sagen. Gutes Gamesense, wa? Ich muss das mal machen, so um die Ecke kommen und so direkt. Wie schlecht. Ich denke auch der Spee gegangen. Ja, natürlich mit seiner Arbeit sehr gute Chance dort was zu reißen. Nein. Huyuyuyuyuyuy. Oh, vier gesprungen ist. Im Domi-Zoom. Ach, als ob. So. Wollt er was machen? Oh, der eine ist schon anspott. Ja. Ja. What the fuck. GG, Mann. GG. Ah, das war schon deine scheiß Runde, ja. Bye, Rico. Nico. Oh, was schon wieder? An dich ja dann kein Nico. Alles klar. Ah. Go, grenade me. Go, someone with me, guys. Grenade me. Grenade me. Ja, block it first. It's us or them. Ich werde die Granate nach Mitte werfen. Grenade out. Grenade. Und hier drauf. Schade. Es be 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 to be be. Tatsächlich B. Oh, fiel, lege Gassi! Ruhlen! Nein! Nein! Oh fuck, ich war wie viel stuck in dem Auto, also, what the fuck? What the fuck? Doch, shit! Doch, shit! So, jetzt kann ich jedenfalls verkaufen, man, man. Okay... Guck mal... Oh, ich werde sterben. Ah! Jetzt smocken wir mal da ganz frech ab. Guck mal ganz frech setten, da durch. Ich weiß nicht. Wie ist ABP? Wo ist... der blaue? Nice. Ich weiß nicht, was ist das? Du hills快 bei. Deploying Fochbine. Deploying Fochbine, Man, das hab ich schon festgestellt. Jetzt hättet ihr auch mal ablesen müssen. Dass die B90... Dass ich hier... Dass hier... B90 nicht wirkt, an dieser Map. You know? Auf geht's, 3-6. Das ist in der T-Map, oder? Das ist wahrscheinlich ein T-Map. Ach... Oh, shit. Laying down smoke. Throwing flashbang. Whole second mint, guys. It's all. Apartments, many steps. Droppen alle gleiches Todes. Wo wir alle auf A stehen. Wenn die jetzt rotaten, dann ist es der Gottesmove. Das werden die nicht machen. Ja, komm. Ach komm. Hör drauf. Hör drauf. Hör drauf. Ja. Und seit, und seit. Ey, auf... Ich hab auf den Mirage gespielt worden. Wahrscheinlich von dir alle Silber oder so. Ich weiß ja nicht. Ich krieg mir so gefickt, man. Ja, gefickt. 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 Ja, das ist das Take-Me-Wieder-Back. Das Take-Me-Back-Lon. Auf geht's. Ja, beseft jetzt hier die Waffe ganz seriös. Achso, das ist der Spieler mit dem krassen Game sind es ja noch drin. Da wird der wahrscheinlich riechen. Weil der weiß, wo wir lang gehen. Der weiß das. Ich hab's public geschrieben. Wegen der Herausforderung, weißt du. Sonst... Ich brauch immer so eine Herausforderung. ... ... ... ... Na gut, das können wir alles noch holen. Das ist kein Problem. Das ist... ... 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 Das ist doch besser im B, man. Oh, schön. Herrlich. Geh doch def, Junge. Nobody meet. Be your second meet. Hm. Ich glaub, die gehen wieder A. Oder? Ich weiß nicht. Hau. Wärts geil. Oh, wie sie alle B rotieren. Die guys sind vorhaben, ja. Ja, orange, die können auch von hinten kommen. Fuck. Nein, die, die. Fuck, Alter. Hab ich nicht gesehen. Fuck, 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 fuck. Shitie. Auf geht's. Schön safe. Komm, geh rein in den Doppel-Zoom. Nein, die Kinder mal rein springen, das sind ja alles hier im ESL Pro Spieler, ja. Nice. Wie er ihm noch einen Hint gegeben hat. Neu. Jetzt wird's sicherlich. Alles. Ja. Auf jeden. So, wir müssen wieder allesamt, samt, 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 salamt, eco machen. Ähm. Ja. Oder, äh, 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 äh. Also, bis schon halb eco. Wir müssen ja wieder ne Runde holen jetzt. Team, los! Team! Vorwärts! Team! Oh, nein. Leute, oh, was ist mit dem Orangenlo? Oh, ist der krank? Das der pusht. Das der er pusht. Ist der denn gelähmt? Ach, ich fahr doch so drauf. Oh, nee. Aua. Lol. Was war das, alter? Nice. Joooooo. Was war das, alter? Krass, 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 man! Erstmal eine AK-Anfragen. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Der bester Marsch. Ist auch krass, dass wieder meine Tastatur auf einig nicht eingestellt ist. Das ich da jetzt so ein Unterzeichen, Unterstrich hab. Oh, Gott, das will. Mit, 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 mit. Ey, ey, ey. Jaaaa. Ich vergriff mich jetzt hier einfach. Mann, Absch. Mann, Absch. Du, du, du long, three long. Nein! Mama! Ich mach 95 in 5! Heu, ähh, heu. Herrlich! So ein Spaß, die Alter. just, hier. Ich glaube, das war der, oder? Ja, das wurde. So ein Spaß, die Alter. Ist der Wahnsinn. es ist der wahnsinn jetzt wollen wir noch auf b legen wird so ein frechling oder war das jetzt wird er muss sein oder ja nicht stimmt muss ja nicht so schnell denken ja auf jeden der hat 5 hp 5 hp hat er ein schuss ein zählschuss ein zählschuss Junge Junge ja krass er ist wieder keine Zeit es war aber das war doch noch an Leidt hat ja er wird noch in den Rhein noch auch schön wie konnten wir die Runde jetzt wieder abgeben es ist doch einfach noch fragt durch auch meine Leistung wird hier hinterfragt muss ich mit der Ego gehen jawohl er truppt mir dafür gibt es ein thanks ok dann nicht so little gear a little bit gear hello chapeau gut auf geht's oh shit flashbang 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 jetzt die blitz hat er uns ausgetrickst lou hat er uns schon ausgetrickst jou etwas die mach ihn doch so jetzt jetzt ist jetzt ist das comeback das comeback ist real man das comeback ist real mann so hat er hat schon 18 freaks der typ na ist okay oh nice ja der der kopf er wurde mit dem selbsten wahrscheinlich wo auch schon nicht, oder? Come on, come on, chop, chop! Ein Liedbild. Very nice. Und eine Orp hier? Hast du eine? Ja, dann nicht. Laying down Smoke! Woah! Fuck! Rush B! Grenade out! All B, guys! 4 B! 5 B! Grenade out! Ich schwirb, wenn eine Lüge an seinem Core dran ist. Sorry, Yellow Mime, but... Bomb has been planted. Nein! Was... Was versteckt er sich denn so... Uhrensönig? Kann nicht wo wahr sein. Das kann nicht wo wahr sein, Lord! Nein! 15... Ja, dann wieder so ein 10-jähriges Kitty, aber den ganzen Tag nichts zu tun. Schulen nur 6 und schreiben, ey! Ich fühle mich denn, Hombre. Komm, geh bitte. Geh bitte nach Hause, Mann. Ich fühle mich ein wirklich fattes Kind. Ein wirklich fattes Kind. Hier den schönen Maros-Sportsticker. Der war leider nicht so krass. Dafür gibt's aber den Chris J. Auf der Tech, nein. Wird mir Glück bringen. Auf jeden. Ich denk mal, dass der Cor jetzt ist, mal... Einpresser, ein rush oder auch Cor. Einfach so. Ohne Frust. Und ohne Angst. Aber was ist das? Das macht mir mein Geld da. Jaaa, er hat halt den Games, denn das Jahrhundertsmann... es kann ich was ein jahr als jahre muss man komm mach jetzt noch mal ein 3k hier weil du es bist auf geht's der james bong auch noch überholt man letzte das kann nicht sein ja ein lose ein win heutige bilanz kann alles klar oder schweißt du bescheid da ist auch so ein halb weg und kommen auch die bilanz mit dem schönen happy drauf oh ja leute ich finde das fast aber auch krass dazu so mit dem blauen und so wir kennen doch eben jetzt eingefangen ich bin der erste der sich ein heli fängt aber wird kann ich nicht mitgehen trotzdem nach vorne nein als ob da noch ein hotspot ist ja lol ok alles klar vor allem soll noch wiedersehen das ist ja es ja nicht das ist ja das ist ja auf geht's auf geht's wenn man ja wo füllen so früh eingestellt steht dann auch die gesamte netten alles wenn wir gut nicht nur was 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 die frage das war um ja sonderbar möchte man es formulieren ungewöhnlich beschissen beschissen komm jetzt kommt der kpm headshot auf geht's die 44 sekunden überlebt nicht mehr so auch bett es gab des todes oder was hat denn dafür geld man 18 oder was vor 18 der 3 50 für diese schuss diese screen hatte ausgegeben man scream man und die headshot wirst du bescheid jetzt aber nicht gemacht übrigens null punkte bei den frikern player challenges also nun mal richtig nun mal richtig aber den team stellen stinger habe ich natürlich fast das richtig glaubt kann man falsch gelegen ja ja wenn wir die links danach checken scheinen wir alle sehr sehr gut zu sein und das ist ja auch vorbei leider gottes und weil es einfach haben die diegel man denn auf der diegel jahre luminosity gaming drauf hat mir auch über das krass gefallen mann im match ich gedacht dass sie so weit kommen würden genauso wie vp gegen nip meine fresse aber wieder bestimmt schon tausende meinungen zu dem zu der rsr one gehört und daher kann ich mir das wahrscheinlich schenken blöcke doch nicht um mann er schreibt sei sech alles klärchen ich glaube die zwei kommen sowieso von b daher ist kein problem für mich ja was machen wir meine mails ja ich glaube ein bisschen ab alles klar ich habe sich ein schick er jetzt hier gerade ihr habt ihr kein gut die wissen nicht oder die haben keine minima oder wenn er ist ja für sie bis krass aus du bist gut aus mann ich werde gerade die facken gefühlt die schilder der an der bombe dann gewesen wäre so noch mal und dieses matchfrager hier am start mann des todes stoß ist kommen die zehn mache ich noch ob wir jetzt hier die schellen verteilen hat die schellen des ultrahasses und ob jetzt hier versagen junge jedi die lassen sich aber auch alle picken das kann aber nicht wahr sein wo wir kommen von banana gott du bist jetzt noch richtig guter muss wenn ich jetzt ausprobieren ja ich habe nicht mal zeit einen schuss abzufeuern so schnell dadurch auch wahrscheinlich deswegen hätte sein können dass ich mit der anderen zelte reingehen so soll ich mir nichts wahrscheinlich da wird es wieder die klein werden und auf geht's da haben wir das aber auch nicht eingehen würde ich sagen du hast 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 gebracht ich glaube da kann ich nur ultra der stehen denn da sind ja die ganzen gegner das ist man kann mir schon mehr und schock und auch eine schöne waffe mit so herrlich mal wieder einen rücken geholt hier pros don't fear of course of course of course of course und dann kommt der decoy ich werde sie sowieso gleich geholt ich riech's doch schon ich schmeck's doch schon nein grüß da grüß da nimm doch die granate junge ja krass man als ob der halt pitch dann da den trifft er ja genau kreuzfeuer letzte runde richtig krasses game hier am start ja gut meinungen dazu in die kommentare nein lieber nicht denn über mein hässliches eben kann man nichts mehr sagen absolut überhaupt mal gar nicht weiß ob die gegner auch ein bisschen strong gezeigt haben weil wir einfach ultra schwach waren gut ich hoffe euch hat es ein bisschen gefallen ich denke nicht dass wir die runde noch mal holen können wenn ich auch schon den ultra schlauen move macht habe ich habe ich habe meine beine in die hand leck mich am arsch das wird doch nie was im leben das wird doch nie was im leben ja was denkst du was ich mache man ich bin und auf gehts kiero kiero mein franz so etwas verspätet wir müssen eine granate noch loswerden aha ja gut kann man mal machen oder kann man mal machen oder Korkommer ja geil gehst du mal zurück zur Bombo so 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 jetzt kannst du rennen mir die einfach noch die beiden gemacht hat übelst frech man fresh ja gut dann haben wir wenigstens noch einen halb gemacht also hier wie nennt sich das ja bitte schön holen ja was ich hier halb ach kommt leck mich halb hier bis das meine halb hier alles klar was guck ich eigentlich immer das hässliche knife an hier guckt euch das an schön schmecker schmecker lecker auch campy 90 skin warum eigentlich nicht keine ahnung zu wenig youtube money nein das ist nicht gar keins so aber die haben sich ja schon wieder die a b geschnappt das hat mir überhaupt nie geschmeckt das hat mir überhaupt nie geschmeckt das ist jetzt doch das ist das ist ich denke nicht vielleicht ja auch immer dann zu mit dem hochkurs sind so richtig mies das was da wir au reich das der 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 d dem das dem dem den dem Okay. 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 Grenade out! Flussbang! Flussbang! Oh. Smok! Dog room. Dog room and balcony. Both balcony now. I am throwing a flussbang! Yeah, go away, go away. I mean B. What? I am setting the bomb. Bomb has been planted. Fucking great! That's two guys are coming for me. Oh shit! Nice. Muss weg, Leute. Bitte? Ja, gut. Der wollte den nicht mehr, bitte. Oder konnte er jetzt noch... Nein! Ja, ich wusste es! Ich wusste es! Genau. Dieser Wichser! Dieser Wichser! Nice, ne? Krass, wie jetzt hier noch das holen, oder? Komm! Eine 1er KD wenigstens! Oh! 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... ich würde es jetzt auch nicht so sagen wir gehen immer b der müsste auch mal wieder a gehen mensch ich habe es jetzt auch mal vielleicht A ja, aber das ist auch so komm gut ich habe es jetzt auch mal ja, ich habe es jetzt auch mal ja krass dass ich den 14 habe jetzt noch machen großartig ja für die falsche Seite entschieden ja somit ist auch diese Runde wieder vorbei und da ist noch ein Rank gleich und ich habe eine Bamboo Shadow bekommen richtig geil Rank 26 jetzt und ja wenn euch diese kleine ja schlechte nicht ganz perfekte Runde gefallen hat dann lasst doch eine Pulsenwertung da oder schreibt in die Kommentare was ich besser machen könnte außer meinen Skill und ja bis zum nächsten Mal haut rein und ciao ciao Outro 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 Outro